Uno, dos, tres, dale! Baila esto! Arritmo en tu corazón Baila esto! Calle por tu amor Baila esto! Arritmo en tu corazón Wo ist denn der hier? Was ist das? Ein Killer, der schief einladen? Wie ist das? Jaja, das bin ich. Ist ja dumm. Er nennt sich nicht mehr Konze, weil er weiß, dass er schlecht ist. Hehe! Nice! Konzept ändert den Name. Einmal wegen banntechnischen Gründen und einmal wegen Schlechtheitsgründen. Jajajaja Auf die Hände! Wo ist Leben ist der Verkommene? Was? Ihr seid doch in der Schule am rumblasen, alle. Ja, Junge Luis, wir haben doch gar keine Schule. Warum? Zeugnisferien. Dumm, Zeugnisferien. Müssen die Schüler sich erstmal erholen, was sie eine Stufe höher gekommen sind, oder was? Ja. War der Schock. Müssen sie erstmal verdauen ne Woche, ey. Hä, Halbjahreszeugnis halten, ey. Ja, wann gibt's da Ferien? Ja, immer die Woche dann noch frei. So. Kommt's nicht. Die Komplätzen. Die Killer ist schief konstant. Was? Ja, steht dahinter. Sag mal, da haben wir die Killer den Schief. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Was? Der rotzt denn da so ins Mikro rein, Mann. Musste husten, Junge. Ich wieder, weißt du? Nein, verdammte Wichse, Mann, ey. Ich hab' mich nicht mehr gesehen, die scheiß Wichse da, ey. Verrädern ihn, ey. Hm. Oh, da ist ein Störsender. Versteck dich hier unten drunter, sonst bist du gleich tot. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Jetzt hier wenigstens ein bisschen leaschen. Einsatz in 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Auf geht's. Oben ist auf, aufpassen. Ja. Geh' mal in die Leiter da auch. Was ist Angst? Jetzt. Geh' mal zum Fenster, Tico. Geh' mal da rein, ob da einer ist. Ich geb' dir Rückendickung, quasi, von unten. Soll ich den Bio jetzt n'Hitschon, ey. Nice. Er fällt runter, ist der dumm. Ich schalke mich rein! Oh, was? Noch eine, einer ist noch in der Küche. Oh, was? Noch eine, einer ist noch in der Küche. Oh, was ist das für ein Kind, Alter? Megatron, einer ist noch in der Küche, bra- Ich hab' den verdrängen, ich sehe, ich kann. Ja, dann geh' rein. M'si-Fetzi-Sack ist ohne. Jö. Ähh. Ähh. Wegen diesen Humu-Mann, ey. Oh mein Gott, das sind immer so komische Kills, Mann. Mann. MC Knödel spielt Tom Cleansy-Wichse. Dann steht er hier auf dem T-S-Code, dann ist er hier Schiss. Hey, so wie diese Ruisa-Blasen. Ja. Wer ist das überhaupt, diese Ruisa? Keine Ahnung. Hängt bei denen aus den Klötzen oder was? Nein. Nachladen. Wir haben nur ein Mädchen in der Klasse, das ist sie nicht. Das ist Lewis, ne? Nee. Und? Das ist Tico. Boah. Ungerecht. Bin ich auf eure beiden Schulen da hinten? Tico, gib dir! Yes! Boah, nice. Da wurde er weggenietet. Ha! Tico, konntest du überhaupt reagieren, so schnell wie du wegwollst? Ich bin nicht gut. Tico, bläst. Tico, sagt. Komm Megatron, zeig uns hier jetzt mal was. Megatron, bläst. Nice. 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 unter dem Pfeil sitzen. Oh, dat tut weh. Kasse, die Teile, wo liegen die, Alter? Kann man die irgendwo hinschmeißen oder was? Ja. Bringt das überhaupt irgendwie was? Ja, Schaden. Aber so viele auch nicht, siehst du, zack, ist er rausgezogen. Ja, A8 Puttrick, also A8 Leben Puttrick. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung behält das Vortrag, sobald die Betrug neutralisiert. Eigener Druck neutralisiert. Geblasen hat er. Du, Stiko, bist du jetzt da? Guck mal, wen ich mir gekauft hab. Ist ja dumm, die Billige. Er kauft wieder. Ja, bist du neidisch, ne? Jo, er kauft wieder, weißt du. Er kann mir nur Geld ausgeben. Statt er mal real ist, weißt du. Ist er wieder nicht real. Was finde ich real? Er spielt! Jo, Melik. Ja, was denn sonst? Dort ist 4k oder so. Und ein Ding kostet 12,5k. Nein! Nein, der kostet 25.000! Bei mir kostet er 25.000! Ja! Kannst du so viel haben auf einmal! Ja, ich dachte, das Ding ist 100% Bonus. 100% Bonus. Ja, diese Bonus-Pakete. Jo, Melik. Hey, ja, was denn, Junge? Du bist jetzt der größten Tanke gelaufen. Du hast den 10 am PC geholt, da. Nein! Ich hab ja auch noch Ash. Ich hab ja auch noch Ash gemacht. Ash. Ha, er hat's in Ash gekauft. Noch 10 Sekunden. Nice. Ja, Ash hat geile Waffen, deswegen hab ich mir die... Noch 5 Sekunden. Bei mir ATU's, oder wo? Das Gerät ist vorbereitet. Stammtort des Biobefarmungsbehälters... Tico, verpiss dich doch mal vor der Wand, Mann! Meine Fresse, Alter! Muss ich jetzt ins Bein schießen, ne? Stehen immer nur vor die Wände rum. Und dann sind Sachen gar... Da zieht sich dann die Leute reinkommen. Das ist eben doch gar nicht. Piss dich doch mal, Tico, da vor der Wand! Guck mal. Die Tür ist verstärkt! Gerät wurde aktiviert. Jetzt ist ja gleich wieder tot, wenn hier einer reinkommt, weißt du. Jetzt ne Störsendal. JETZT! Da kommt doch 100%ig gleich wieder Fuse. Ich bin nicht. Hey, was? Hey, hü... Da unten ist ein Schild in der Garage. Mit... Von der Garage kommt ein Schild. Von der Garage kommt ein Schild. Das ist jetzt schon jetzt hier rum. Jawoll! Ich muss noch mal. Mesh ist hier oben. Ich lade nach! Die Gegner haben... Mann, Junge. Ich konnte der mich denn holen mit dem Rotzschild, Alter. Das ist irgendwie unfassbar. Wechsel Magazine! Ich bin nicht. 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 Ich gehe mal zur Treppe und hole den Schild. Zur anderen Treppe. Da. Vor die... Hier, links. Ich... Das... Mann! Da unten, was machst du denn? Das ist ein Noten Hier sind zwei Stück Da ist nirgends Der ist sofort dahinter Was ist das nochmal, die Musik? Alle meine Hähnchen Nein man, das ist doch von irgendeinem Film Geht er weg Mission gescheitert, eigener Druck neutralisiert Vor allem der Ding ist nicht mehr zu mir hingeflebt Ja genau Ich bin nur Passiert mit meinen Teammates gut Lass ihn an Alter, laufen die mal vor mir auf einmal rum Man Reflex Junge, du musst doch wissen wo deine Teammates sind Nein muss ich nicht, die laufen eh überall rum Die sind schlecht man Junge Ja Hier Reflex man Super blöd Nächste, den ich mir hole, ist Fuse, Alter Dann piss ich die alle an mit Fuse, Mann Fuse ist richtig Der Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden Ja außer diese Spezialfähigkeit Ich feier seine Waffen gar nicht AK ist richtig krotz, Digga Ich hatte richtig viele Tonne geklappen, das Ding Gute Arbeit, der Kompennungsgericht wurde lokalisiert Wurde lokalisiert Gute Arbeit, der Kompennungsgericht wurde lokalisiert Gute Arbeit, die Akkisten sind die encounter Also das Problem ist bei der Akkisten ist die E-Bis many rückschließen Ja, als ob die die Halt sehen, einfach... Noch 10 Sekunden Noch 5 Sekunden Die sehen ihn einfach nicht anders So'n Fick Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters Ja, ne Prunkel gegeben Ohne Aufsätze, dann noch Stimme auszusehen Eigentlich sind nur oben sichern, dann haben wir schon gewonnen Bei uns Die Hände ist oben Wo? Die Hände ist oben Wenn du da reinkommst, sofort reißt sie in der Ecke Zwischen diesen zwei Schränken Wo jetzt? Also jetzt wenn du da reinguckst, rechts Also bisschen weiter rechts Wenn du da reinguckst Wenn du da reinguckst Jetzt die Hände ist links Okay Hast du? Ja Ja Immer zu zweit laufen, sicher Das ist kein Grund Ey Von der Küche Ey, Mann Ich laufe sie genau in die Kessler, Alter Geht Gegner eliminiert Eigener Trupp erfolgreich Hast du ne Drecksrunde, Alter Wo ist sie? Dieser Dino will sie die ganze Zeit nur rausreden Welche sonst braucht ihr nichts, ne? MEGA LODERN Was hast du gesagt? MEGA LODERN? Die guckleitee, ne? Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen Den Raum sichern Verstärke die Wand Die Wand wurde verstärkt Stöße einsatzbereit Der Weg wurde platziert Das Gerät ist in Position Es bleiben noch 10 Sekunden Nur noch 5 Sekunden Der Weg wurde platziert Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter nicht gefunden Sie versuchen während des Angriffs aufzuspüren Das kommt ja wieder rein hier Wieso macht der hier zu, der Affe, Mann? Drohne Die kommen jetzt hier durch Hallo Wieso macht man die Scheiß hier auf, Mann? Die Tür ist verbarrikadiert Alter, verpiss dich, du Wichser, Mann Nice, der Fabrik Oh ne, hier ist genau die Klappe über mir So ne Scheiße Du Wurensohn, Alter Mach die Klappe auf ihr, Mann Schießt ins Bein, verpiss dich, Mann De La Vega go, Alter Du Pisser, Mann Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt Zwei Schilder, komm rein In den Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt Hat der wirkisprägt Nice Nice Digo geh weg da Mach die Tür da wieder zu wenn dann keiner ist der ist noch draußen ich hab so ein pech die runde was macht er denn da junge 1 zu 4 hat rutscht mein schwanz killer der schiefe oder wie man es richtig aussprechen würde es nicht die zwei schilder in macht er tut zu die tico alter mazuda erschlägen ist ja schon mal sicher wenn da einer kommt muss man nur noch auf der treppe achten der ist über mir wahrscheinlich er läuft irgendwo über uns der kann hier rein füßen ja komm ich stürme um er läuft irgendwo da oben rum der ist am finster ist der, der ist am finster der ist am finster eben genug, ich spür's das kannst du deswegen sagen jawohl man, du kriegst ja wirklich noch den kill der Arsch war einer ohne Tastatur 4 4 4 geht voll klar jetzt komm ich kann gar nicht sein kann auch nicht sein, ich hab 4 kills und bin 4ter alter ist doch nicht normal na gut am besten dieser la vega killen und diesen mega nullon oben mega nullon kann gar nicht sein, was Nino bläst tico geh schon mal in TE rein ich mach mich weiter auf Serpent stimmt dumm weil der Dino plant der ist schuldig und so ne ich fiel ich fiel ich fiel ich fiel aber ich fiel nein jawohl jawohl komm komm in er joh 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 Schockdrohnen-Einsatz. Rauchgranate eingesetzt. Du den Deck. Ne. Deck. Wart mir nicht nirgendwo. Ey, Deck. Du schlaust mir den, du scheiss Mo, Mann. Luba, ich schieß die ganze Zeit durch die Panzer, Mann! Ich hab ihm bestimmt fünfmal im Kopf geschossen, aber nein! Ja! Sicher! Sicher! Nigo! Megatron erlauben, Alter! Megatron, Alter! Verkommen in hier, Alter! Ey, Mann! 19,50% und ich krieg kein Alpha Pack, Alter! Leg meine Eier, Digga! Ein fünftel Chance, warst du leider nicht dabei!